Renegationsspiel in Feldrich, ein kleiner Ort in Oberfranken. Die dürfen noch zuschauen und müssen um 18 Uhr wieder ran. Jetzt erst einmal hier Versbach 3 in Rubendorf. Rubendorf mit einem 2 zu 9 in der ersten Runde gegen Feldrich, quasi schon ausgeschieden. Da musste schon noch ein Wunder passieren, aber in dem Match halten sie sich noch ganz gut. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.